Was geht ab, was geht ab, was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns den Gegenstand-Shop vom 31.05.21. Freunde, heute war extrem viel im Shop und ihr seht ja, also beziehungsweise gestern, ne, war echt viel im Shop, also so viele Sachen hatten wir echt lange nicht mehr im Shop gehabt. Ich bin gespannt, was heute reinkommt. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Okay, ähm, okay, 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 interessant, interessant, interessant. Ansonsten haben wir natürlich viel Wiederkehrendes zurück. Die Pakete hier sind auch außerdem verschwunden und dann würde ich eigentlich sagen, wir fangen direkt mal an und legen los. So, im täglichen Bereich haben wir die zwei Skins noch, die bereits schon drin gewesen sind. Fangen wir mit dem Headbanger-Emote an, für 500 V-Bucks nach 204 Tagen im Shop gewesen, war bisher neunmal insgesamt im Shop gewesen. Ist natürlich ein Skin, wo man sagt, okay, äh, Skin ist eigentlich schon ein Emote. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, merkt euch das. Dann haben wir hier Fingerwedler, 200 V-Bucks nach 62 Tagen am Start gewesen, 16 Mal im Shop. Dann geht's auch schon weiter zu Grammo Gaudi nach 32 Tagen wieder zurück und dreimal im Shop gewesen. Dann haben wir hier oben noch einen Skin, verwiegene, äh, Duellanten. Nach 53 Tagen wieder zurück, siebenmal im Shop. Ist ein Skin, der okay ist, finde ich, optisch. Kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir nochmal den Rack-Skin nach 39 Tagen wieder zurück, 28 Mal im Shop. Dann geht's eigentlich auch schon weiter hier nach oben. Hier haben wir zum einen Ruby. Ruby, richtig, richtig nicer Skin, finde ich, optisch. Schaut euch das an, mit diesem Deadpool-Rücken-Accessoire sieht das Ganze schon richtig nice aus. Wir haben hier Streifenschlitze als Spitzsacke für 500 V-Bucks. Ist jetzt nicht die beste Spitzsacke. Himmelstreifen für 500 V-Bucks. Auch ganz in Ordnung eigentlich. Dann geht's eigentlich auch schon weiter, meine Freunde. Und zwar haben wir hier drüben Razer für 1200 V-Bucks und Kumohorum Mura. Nach 49 Tagen wieder zurück. Beide Skins nicht so mein Ding, sage ich euch so, wie es ist. Finde ich optisch nicht so geil. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Dann haben wir noch eine Lackierung hier am Start. Dann geht's auch schon nach oben. Hier haben wir unterschiedliche Skins. Fangen wir doch mal ganz rechts an, Freunde. Wir haben hier die Kaugummi-Bomberin inklusive Lackierung und Spitzsacke. Optisch gesehen eigentlich ein ganz angenehmer Skin. Nach 63 Tagen zurück. War bisher insgesamt 13 Mal im Shop gewesen. Ist aber halt eben auch so ein Mischding. Manche finden es gut, manche eher nicht. Dann haben wir Provisorium. 1500 V-Bucks. Zuletzt vor einem Monat drin gewesen. Optisch nicht so nice. Sage ich euch, wie es ist. Mir persönlich gefällt der Skin nicht wirklich. Keine Ahnung, warum ich mir den damals geholt hatte. Ich denke mal, weil den jeder damals geholt hat. Aber mittlerweile, sage ich euch so, wie es ist. Finde ich den eigentlich nicht so nice. Dann geht's auch schon rüber zur Zündkerzenkünstlerin. Zündkerzenkünstlerin ist ein cooler Skin. Nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Optisch gesehen auch ganz nice. Vor allem mit dieser schwarzen Version mittlerweile. Und heute neu haben wir Tü-Tü. Ist ein M-Mode, wie ihr sehen könnt. Ein fortbewegender tatsächlich sogar. Und Synchron-Mode. Fahre den Zug und laufe anderen Spielern. Lade dazu andere Spieler ein. Und dann könnt ihr halt hintäglich hinterher fahren. Und alles ist dann synchron. Ihr könnt dann sozusagen den Weg bestimmen. Richtig nice gemacht auf jeden Fall. Finde ich eine coole Idee. Coole M-Mode. Kann man auf jeden Fall definitiv nichts falsch machen. Wir switchen dann nochmal in den Rettet-i-Welt-Modus. Und schauen uns dann kurz nochmal dort an. Was wir da erhalten haben. Ob wir da auch eventuell Neuigkeiten haben oder nicht. Mal gucken Freunde. Hier haben wir das super Nahkampf-Lama. Ansonsten ist hier ein Pirat neu am Start. Sonst ist weiterhin alles gleich geblieben. Freunde lasst gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren die Glocke zu aktivieren. Ich bin raus. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Bis und ciao.